Moin Leute, Forst ist mehr wieder am Start und wir spielen heute mal eine Runde, weil ich halt noch nicht so viel Zeit habe. Und mit dabei ist mein Kumpel Mark und wir sind hier gerade in einem schönen Moos, die Meier, und ich zeige euch, was du gefunden hast. Also, ich habe dieses schöne Teil hier gefunden. Können sie auch gerne mal haben? Das ist gute, gute alte MG. Warte mal. Ja, ich packe kurz die Verbände weg. Das sieht ja ganz gut aus. Kann man das eigentlich... Hier ist noch ein Automat. Was ist denn da? Verbände, Verbände. Wie schießt das? Heavy, wie schießt das? Schnell, darf ich mal kurz schießen? Ja. Boah, Junge. Ist ja übel sick. Mal gucken, ob wir das heute nochmal einsetzen können. Wir gehen jetzt erstmal kurz zur Zone. Guck mal, die Leute aus Zölte Towers müssen auch heute mal reden. Ja, eher gemütlich laufen. Ja. Also, ich mache jetzt Videos immer donnerstags. Könnt ihr auch schon mal drauf rein... Äh, ihr könnt euch schon mal auf den ersten Donnerstag reinhypen. Wenn das nächste Video kommt. Wenn das nächste Video kommt. Holz warm. Ähm, warst du hier schon im Baumhaus? Ja. Äh, wie macht man eigentlich dieses... Wie kann man eigentlich diese Pyramide... Ah, so... Okay, wir sind jetzt so, ne? Aber... Kann man dieses Zweibahn eigentlich aufstellen? Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe es selber noch nie. Ich gucke mal eben noch hier auf den Hügel. Ach, ich habe mir das Gefühl. Ja, ich muss gerade kurz Telefon. Wobei, ich glaube, das ist einfach mal keine Ahnung. Scheiß drauf. Könnte ich mir doch nochmal anrufen. Findet ihr es eben hier auch scheiße, dass man im Free Pass gerade mal 200 V-Bucks bekommen kann? Wenn ja, dann, äh, schreibt mal gerne in die Kommentare. Und, ja. Weil ich finde, das ist ein bisschen kacke. Und vor allem, man kann jetzt Spitzhacke noch nicht mal ein Skin bekommen. Also, ich würde mir echt wünschen, dass die Epic Game mal sagt. Gegner, Gegner, Gegner. Äh, ich mache gerade eine Aufnahme. Auf Dach. Hat ein 31. Da. Ich baue eine Base. Ja, ich habe gemerkt, dass da Gegner sind. Ja gut, wir haben die ganzen ersten, äh... Sind die da in den Base? Ja. So, wir haben hier den Legendary Eagle. Aber leider gefühlt nicht. Der hat einen Hit mit Snapper. Der ist aber runtergegangen. Pass auf, der pusht bestimmt. Oh, ganz knapp. Die sind in der nächsten Base. Die sind in der nächsten Base. Warte, ich muss hier selber eben kurz hinten hingehen und erst mal ne Börse kaufen. Wir werden auch von jemand anderem noch angeschossen. Hab einen. Ja, geil. Genau. Ja. Ja, gut, ich nehm noch eben kurz den Schild dran und dann gehen wir gleich mit unserem leichtes Maschinengewehr, mit unserem neuen LMG mal gleich in den Nahkampf. Wohl, nicht großartig, bitte falsch an, Christian, aber erst mal in den Wind hau. Alter, als ob ich nicht gebaut hab. Warte, ich geb die Rückendeckung, ich geb die Rückendeckung, ich geb die Rückendeckung. Ja. Hey, der finisht auch noch direkt. Dankeschön. Das sind zwei, pass auf. Gehst du mit Granaten dahin oder was? Mit Granatenwerfer. Ja, ne, es kommt rechts. Fuck. Ich wollte ihn grad noch finishen, man. Scheiße Junge. Aber wir hatten das neue LMG, man. Ich wusste nicht, dass die so schnell kommen. Ich find's eigentlich schon ein bisschen kackig mit dem immer hinloggen. Jedenfalls war's, das war's mit unserer neuen Runde Fortnite. Wenn's euch gefallen hat, lasst verprügelt den Like-Button. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin.